Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einen wunderschönen guten Morgen! Bist du schon wach? Ja! Schon lange? Ja! Ostern? Sonntag? Ja! Wo gehen wir schon hin? Ich gehe auf Minigelfeln! Und nachher? Ich gehe baden! Dann kommen wir zurück zu unserem Pool. Ja! Tschüss! Bleibst du nicht da? Komm! Ja, komm! Ja! Heute machen wir den Kameratest mit, was ist das? Canon Legria Mini X Ja! Da hat man ganz viel drauf, von hier hinten bis hier hinten! Weit über! Weit über! Ui! Und du siehst dich selbst im Display, das freut dich natürlich! Ja! Also, gehen wir Minigelfeln? Ja! Freust du dich? Ich war eigentlich schon zweimal und dreimal! Aber noch nicht hier? Nein! Also! Willst du mal schauen? Ja! Wer ist zuerst unten? Ich! Geben wir zwei hier, statt über die Brücke, durch das Flüsschenbecken? Komm jetzt! Ja, Ballerina, komm! Ja, das geht gleich! Ihr könnt über die Steine laufen! Ist gut! Kommt so! Über die Hand geben! Steine laufen! Steine laufen! Steine laufen! Steine laufen! Steine laufen! Steine laufen! Warte mal noch kurz! Schau mal da! Die anderen sind hier über die Brücke gegangen! Ja! Hallo! 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 Der Minigolfplatz wird es definitiv nicht, der ist sehr ja, lieblos gemacht. Unter dran, jetzt nochmal eine Reihe, ein bisschen Beton und einfach Bahn hinter Bahn geknallt. Aber die Aussicht ist halt schon nicht schlecht. Ascona, Locarno, Tenero. Schanea, sind wir jetzt in das Minigolf? Nein. Wieso nicht? Wir sind trotzdem nicht gegangen. Hat es ein bisschen Mittag gegeben? Ja. Was haben wir noch gemacht? Ähm... Ihr habt gespielt? Ja. Und jetzt gehen wir runter in den See? Nein. Wo denn? Wir gehen runter. Aber jetzt, wir gehen durch den Bächli. Und dann woher? Heim? Ja, ich gehe baden. Geben baden? Und mache ein gutes Nachtessen. Freust du dich? Ja. Ich gehe ein bisschen schlafen. Ist gut. Gesundheit! Tschüss. Tschüss. Danke. Mami, warte. Viel Spass, Schanea. Danke. hope so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Flüssi-Laube. Oh, Larilla! Hop, hop, Larilla! Ah, 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 ah! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Schenae, gehen wir jetzt rein gehen? Nein. Wieso nicht? Wir gehen jetzt gehen. Haben wir schon wieder nicht rein gehen? Nein! Nein! Aber du bist bei Baden? Ja. Hast du Spass gemacht? Ja. Und jetzt können wir was machen? Ähm, ich habe einen Restaurant gegessen. Gibt es etwas Feins? Ja. Was denn? Weiss ich noch nicht, aber das ist Hübschen. Du bist eine Hübsche, warte, sag mal, bleibst du da? Wow! So, wo sind wir jetzt schon? Ähm, für Nova Pergola. Du hast ein Restaurant? Ja. Was machen wir da? Etwas essen. Was gibt es denn Feins für dich? Ich habe einen jungen Mehl. Einen guten? Ja. 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 Ich habe einen Restaurant. Ja, wir haben die Fieber. Ja. 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 OP-10. So, sind wir wieder daheim schon? Ja. Schon? Mhm. Und jetzt hast du genug gegessen? Ja. Was hat es für eins gegeben? Ähm... Polonaise. Du schweizer Polonaise? Ähm... Lasagne hast du schon gehabt? Lasagne mit Salat und mit Claffé. Was hast du denn für eine classe gehabt? Ähm... Pizzas? Ja. Und was habe ich gegessen? Pizza. Zwei Pizzas? Ja. Sagen wir gute Nacht. Gute Nacht. Wo gehen wir morgen hören? Ähm... Weiss auch noch nicht. Anna besuchen. Anna besuchen. Freust du dich schon? Ja, weil sie heute Geburtstag hat. Wie alt ist denn sie geworden? Weiss ich nicht. Wie alt ist sie geworden? Gleich alt wie du? Sexy. Also, bis morgen. Bis morgen. Tschüss. 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 Mami, haben wir draufgekommen? Nein, Lampbrillen. Ha 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 ha. Ha ha ha. Nein. Da. Das weiss ich. Das weisst du auch. Ja. Warte mal, bis die Heli vorbei ist. Ja. Aha, wieder ein Transportheli. Ist es wieder ein Transportheli? Ja. Ja. Hä? Heute noch meine geholfen? Nein. Nicht mehr? Nein. So eine Zeit. Ja. 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 Ja.